Du kennst ja bestimmt Kanal-Trailer auf YouTube. Also wenn du auf einen Kanal kommst, dann wird automatisch ein Video abgespielt für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben. In dem Video sollte man den Zuschauer ansprechen, ein bisschen erzählen, worum es auf dem Kanal geht, den zum Abonnieren motivieren. Mehr dazu findest du in diesem Video. Aber mittlerweile gibt es auch eine andere Form von Video, die da sein kann, eben für alle, die den Kanal schon abonniert haben. Und da ist natürlich die große Frage, was sollte man hier machen? Was für ein Video fügt man da am besten für die Abonnenten des Kanals ein? Darum soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und einstellen kannst du dieses Video. Wenn du in deinem YouTube-Studio auf Anpassen gehst und dann findest du dort unter dem Kanal-Trailer den Bereich Hervorgehobenes Video für wiederkehrende Abonnenten. Hier kannst du eins deiner YouTube-Videos wählen, das wieder entfernen, das Video ändern in ein anderes Video. Hier hast du genau die Möglichkeit zu sagen, welches deiner YouTube-Videos das sein soll. Das ist genauso wie beim Kanal-Trailer auch. Du musst eins deiner bereits hochgeladenen Videos auswählen, was entweder auf öffentlich oder auf nicht gelistet steht. Das Problem ist, man weiß meistens gar nicht so genau, was soll ich hier für ein Video einfügen. Also bei so einem Kanal-Trailer ist das klar, was da drin passiert, aber was sollte dieses Video für wiederkehrende Zuschauer sein? Und es kommt so ein bisschen auf an, was für ein Ziel du mit deinem Kanal verfolgst. Ich möchte dir hier mal ein paar Ideen in diesem Video geben. Variante Nummer 1 ist es, deine Zuschauer zu begrüßen bzw. deine Abonnenten zu begrüßen und zu sagen, herzlich willkommen, dass du jetzt hier ein Abonnent auf dem Kanal bist. Denn die Leute, wenn die abonnieren, bekommen ja dann nicht mehr den Kanal-Trailer angezeigt, sondern dieses Video. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass das Video nur von Abonnenten angesehen wird. Vielleicht kannst du auch ein besonderes Video extra für Abonnenten machen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, damit quasi zu spielen, dass das wirklich nur für Abonnenten angezeigt wird und den Leuten sich bedanken, dass sie den Kanal abonniert haben, denen ein bisschen was erzählen, was sie erwarten wird, vielleicht was ganz Besonderes da für die haben. Das ist eine Möglichkeit, was du da an der Stelle machen kannst. Wenn du mehr ein bisschen in Richtung YouTube-Optimierung denkst, dann gibt es da eigentlich zwei Möglichkeiten, was man idealerweise einstellen sollte. Entweder du packst da immer dein neuestes, aktuellstes Video rein. Warum? Naja, wenn jemand dann auf deinen Kanal geht, sieht er als oberstes das neueste Video. Und dieses neueste Video wird tendenziell von allen gesehen, die deinen Kanal gerade abonnieren. Das gibt einfach nochmal die Möglichkeit, dass mehr Leute auf dieses neueste Video klicken. Dein neuestes Video bekommt schneller Aufrufe. Und die sogenannte Watchtime-Velocity, also wie schnell ein neues Video von dir Watchtime bekommt, ist ein relativ wichtiger Ranking-Faktor auf YouTube. Das heißt, das kann interessant sein, dass du schneller mehr Watchtime auf deinem Video bekommst. Und das ist einfach nochmal eine Stelle, wo du das erreichen kannst. Es ist allerdings relativ viel Arbeit, ständig immer, wenn du ein neues Video veröffentlicht hast, dieses automatische Video für die Zuschauer auszutauschen, dass du eben nur die Abonnenten dieses Video, dass du es immer wieder anpasst. Weil das kann man an keiner Stelle einstellen, dass es automatisch das Neueste sein soll. Du musst dann wirklich immer manuell hingehen und es austauschen. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, du wählst ein Video, was auf deinem Kanal besonders gut ankommt. Hier würde ich noch nicht mal sagen, das Video mit den meisten aufrufen, sondern wirklich das Video, wo du das Gefühl hast, hier bekomme ich auch das beste Feedback von deinen Zuschauern unter dem Video in den Kommentaren. Denn wenn du da ein Video hast, wo du sagst, wenn jemand den Kanal abonniert hat und dann sieht er groß das Video angezeigt und dann kommt er in dieses Video rein, dann ist die Chance so groß, dass ein größerer Fan vom Kanal wird, sich noch mehr Videos anguckt. So ein Video kannst du auch gut an dieser Stelle da reinpacken. Denn man muss sich echt mal überlegen, wer geht auf so einen YouTube-Kanal. Meistens ist das so, dass die Leute nur auf einen YouTube-Kanal gehen, wenn sie entweder den gerade neu entdeckt haben, um eben entsprechend sich da mal anzugucken, was gibt es hier noch auf dem Kanal. Oder wenn Leute wirklich speziell nach Videos von diesem Kanal suchen. Das ist aber wirklich eher seltener der Fall. Das heißt, meistens sind wirklich die neuen Zuschauer am ehesten auf so einem YouTube-Kanal und danach wird eher über die Startseite, über die Abo-Box und so weiter geguckt und dann gehen die meisten Leute gar nicht mehr so häufig auf YouTube-Kanäle drauf. Zumindest können wir das bei den meisten YouTube-Kanälen in den Analytics und als es noch diese Google Analytics für den YouTube-Kanal selber gab, konnte man das eigentlich ganz gut beobachten, dass das so ist. Das heißt, es kann ganz interessant sein, hier ein Video hinzupacken, wo man sagt, das ist ein gutes Video, das sollte sich ein neuer Abonnent auf jeden Fall mal angeschaut haben, weil er dann einfach häufiger auch noch auf meinen Kanal kommen wird. Eine andere sehr, sehr spannende Möglichkeit ist hier, wenn du als Unternehmen oder als YouTuber, der auch eigene Produkte hat und so weiter, wenn du hier von deinem YouTube-Kanal aus auch die Leute konvertieren möchtest. Denn hier hast du die Chance, ein Video einzubauen, was ziemlich sicher die Leute sehen werden und was sie auch nur sehen werden, wenn sie deinen Kanal schon gut finden und wenn sie abonniert haben. Das ist eine ziemlich einmalige Möglichkeit an der Stelle, weil häufig haben wir auf YouTube das Problem, dass wir ein Video, was eher verkäuferisch ist, ja, schlecht einbauen können. Auf der einen Seite wissen wir nicht, ob die Leute es überhaupt irgendwann finden und auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn das das erste Video ist, was Leute finden, dann mögen die den Kanal nicht unbedingt, dann ist das denen zu verkäuferisch, dann sind die schnell wieder weg. Das heißt, hier an der Stelle haben wir die einmalige Möglichkeit zu sagen, dieses Video, was wir zum Beispiel auch nicht gelistet auf den Kanal stellen, was sonst nirgendwo jemand sehen kann, wird prominent auf dem Kanal angezeigt, aber nur Leuten, die den Kanal schon abonniert haben, die also sich mal mindestens schon mal ein Video angeguckt haben und den Kanal gut finden. Das heißt, das ist eine tolle Möglichkeit, ein Video einzubauen, was auf die eigene Webseite verweist, was eben entsprechend konvertieren soll. Das kann das relativ stark machen, dass man wirklich relativ klar das als verkäuferisches Video nutzt oder, das würde ich empfehlen, man macht da einfach einen weicheren Übergang. Man macht ein Video, was eindeutig ein Mehrwert für eigentlich alle Zuschauer ist und was dann relativ gut aber und relativ klar auf die Webseite verlinkt oder in ein Freebie, das es gibt, was dann zu einem Newsletter führt, zum eigenen Produkt, dazu, dass man anrufen soll, je nachdem, wie man eben diese Kontaktaufnahme dann gestaltet. Das heißt, wenn du überlegst, welches Video sollte da am geschicktesten rein, überleg dir, was ist mein größtes Ziel, aktuell vielleicht auch mit meinem YouTube-Kanal. Also ist es das Wichtigste, dass mein Kanal wächst? Ist es mir wichtiger, dass ich eine gute Community baue? Ist es mir am wichtigsten, dass ich die Leute konvertiert bekomme in Kunden? Das sind alles legitime Ziele. Du solltest dir einfach nur bewusst sein, was möchtest du erreichen, denn je nachdem, es ist sinnvoll, dort ein anderes Video einzubauen. Und da habe ich auch eben schon ein wichtiges Wort gesagt, was ist aktuell mein wichtiges Ziel? Und das ist auch was, was ich empfehlen kann, je nachdem kann es total sinnvoll sein, dieses Video einfach hin und wieder mal auszutauschen. Denn klar, am meisten werden vielleicht die neuen Abonnenten auf den Kanal kommen, aber auch Leute, die den Kanal abonniert haben, kommen hoffentlich im Idealfall hin und wieder auch mal nochmal auf den Kanal. Und wenn da immer mal wieder was Frisches ist, dann kann sich das auch lohnen, dass man eher damit nochmal Aufrufe bekommen kann. Ich würde an der Stelle allerdings sagen, dass dieses Video nicht die ganz oberste Priorität hat. Wenn du zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Kanal-Trailer hast und da noch kein Video eingebaut hast, dann konzentriere dich auf jeden Fall auf den Kanal-Trailer. Der wird einen größeren Effekt auf deinen Kanal haben und der wird eher dazu führen, dass du mehr Abonnenten bekommst, als dieses Video, was dann eh erst von Abonnenten angesehen wäre. Das heißt, falls du noch keinen Kanal-Trailer hast, schau dir auf jeden Fall mal ein Video an, wo ich dir genau sage, wie du so einen Kanal-Trailer drehst und wie du den aufbaust. Kann ich dir nur ans Herz legen, dir einen Kanal-Trailer zu machen, weil das, das macht wirklich einen großen Unterschied. Das macht auch einen kleinen Unterschied, was ich dir in diesem Video erzählt habe. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan. Es geht mir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich hoffe, wir sind da ansprach. Tschüss. 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 Tschüss.